ich sehe nix so jetzt kommt hier nochmal einmal im finalen der darf das machen und gibt wir den a knopf schutzschild taktisch aufbauen zack und es geht jetzt aber fix nicht schnell und nächste parade gewonnen und schutzschild und den habe ich nicht aber den habe ich und wieder a drücken a b und y muss man hier eigentlich nie drücken immer nur a oder x aber hier ist gerade nur hallo nur erst mal reparieren zobi bah das stinkt aber mann im 1er menschen kriegen wir jetzt ein scheiß noch mit hinterher aus der lecker können wir was essen nee er ist jetzt nicht drauf gegangen oder doch ja das ist ja schade oder nimmt er jetzt noch mal eben die beine und klebt ihr daran er ist abgekackt hoch das hätte er gewollt ja gut genug getrauert 10 g hier ruft ein freier elf freies spiel freige schadet fortsetzung fort das hat schon jetzt 7.1 gewesen sonst müssten wir da eigentlich nur ein erfolg kommen und die 25 g erfolge gibt es eigentlich nur wenn ein jahr beendet wurde naja ich denke mal so 7.2 jetzt warte ich glaube dir dein zauberstab ba ich möchte nicht wissen wie man im film aussah so ein vergammeltes kleines drin oder was? Oder haben die irgendwie so einen Konservationszauber genommen? Da 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 da! Schnell überspringen! Nein! Wie überspringt man das? Nein! Ah, geht doch. 27,8 Prozent! Eieiei, das wird nirgeln. Eieiei. Ja, ganz toll, wir machen nicht noch mehr Werbung für euch. Können wir hier schonmal was kaufen? Da 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 da. Gucken wir mal, was wir denn hier besorgen können. Ne, hab hier ist kein Bock drauf. So, geht's direkt mal weiter in der Story. Da, 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 da. No, 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 no. Fuck. Mach ich heute auch irgendwie in die Rumpfacken, ey. Unverschämt. Ey, was machen denn bitte hier die Todesser drinnen? Ich hab keinen Bock auf die... Ich soll echt nur abzocken hier mit denen. Schnell weiter. Oh, geil. Geil, der hat alles green, also echt. Da sieht man, dass die Erde rund ist. Und weg sind sie. Heiliger Dobi. Gepriesene Socke. Was haben wir denn noch im Angebot? Ja. Ah, den Kelch. Ja, den heiligen Graal. Den essen wir auf. Das was soll mit dem fetten Ding? Gib mir, ich muss so was schneiden. Und schnitzel. Das muss ich mal gut schnitzel. Ja. Du bist mir fach. Boah, bin ich herzlich. Stilisch. Da waren wir doch gerade schon. wondering? in der bank hallo ja also wie viel geld wir unseren haben also ja so wie sie macht würde ich ja schon anbieten für günstigen kreis diese eine gute verzehnten song was ist achterbahnfahrt 12 einmal im dauerfeuer zack ok ein lämpchen fehlt noch das haben wir schon nein ihr mongos ihr mongoletten ok warten wir jetzt genau den moment ab könnt ihr das ding auch lenken ich hab das ding auch getroffen hey kommt jetzt da da waren wir noch mal eine strafrunde wieso reagiert die scheiße denn so spät erst ja vielleicht treffe ich mit der besser ja genau mit der kann ich den linken scheiß treffen das wird was geht doch da lag also der trick bei so und jetzt in die kurve genau so geht das alle ampel deaktiviert und aktiviert so ne bank jo jens ralang was macht der hier drin hat der irgendeinen wichtigen aspekt in der story oder wurde der einfach hier wild eingefügt ich glaube mit dem aguamenti können wir da nicht viel ausrichten aber geld ist natürlich wichtiger als alles andere wie gehabt 2000er darf man sich nicht entgehen lassen obwohl erst mal das hier da könnte irgendwann wie stiege drin sein so drei haben wir vier fehlt noch so zack boing aua hier nehmen die Schlüssel mit da 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 Oh, ich nicht